Lucy aus Bristol kommend startet für The Academy. Sie hat sich im letzten Jahr hier schon bei uns vorgestellt. Lucy Brandt! Sie haben sich im letzten Jahr hier schon bei uns vorgestellt. Sie haben sich im letzten Jahr hier schon bei uns vorgestellt. Vielen Dank, Lucy Brandt für das National Team von England.